so freunde willkommen zu einem neuen video hier geht es wieder um allianz werbung und ich habe festgestellt dass ich das video nicht allianz rekrutierung nennen sollte weil das durchläuft irgendeinen filter von youtube und da kriege ich immer eine meldung dass mit dem video was nicht stimmt und so und dann lasse ich das überprüfen und das dauert immer eine woche genau eine woche ist da ist das alles da in ordnung also ich werde es irgendwie anders nennen allianz werbung oder sowas schon mal falls sich manche leute wundern warum sich der titel ändert das ist einfach nur so diese gründe ja also vorab bevor wir jetzt mit collector und make money sex crew anfangen lily ist neu dazu gekommen ja an die allianz werde ich auch bewerben aber ich werde es nicht in diesem video machen weil es sind hier in dem video jetzt zu viele das heißt ich werde es nach wochenendkrieg machen so aber für mich in meiner meiner ordnung würde sie in ein in eine gruppe rutschen die eigentlich erst sonntag in einer woche dran ist so aber da sie jetzt neu ist ist halt zwei mal hintereinander werbung ja also diesen sonntag und dann nächsten sonntag regulär weil ich finde es doof hat jetzt gefragt ob sie werbung kriegt und sage hier nee du musst aber jetzt bis übernächsten sonntag waren das ist blöd das ist eine ausnahmeregelung für leute die halt dann neu dazukommen dann muss ich halt gucken in welche gruppe sie ich sie packe und deswegen alle bestehenden aktuellen kanalmitglieder ich denke ihr versteht das erst mal von vornherein und dann fangen wir an mit den mit der crew hier kollektor aktive mitspieler gesucht titan freiwillig aufstellen im krieg licht sonst haken raus blablabla ja also ich habe immer das gefühl ich sage das irgendwie jeden tag aber wenn du in einer allianz drin bist dann nimm am krieg teil und am titan das ist sowieso titan freiwillig das ist sowieso ein ding das sehe ich sehr selten aber ach mit ja außer es ist da im krieg ein system dahinter und man will keine man will nicht schwächere aufstellen weil man genau weiß die werden wahrscheinlich definitiv nicht mithalten können das ist aber eine absprache innerhalb der allianz ich persönlich sag wenn du in einem krieg dabei bist macht auch mit ja gut 14 tage ohne abmeldung hasta la vista das ist schon sehr gönnerhaft also 14 tage ist schon lange zeit wenn man da wirklich nicht drin ist dann hat man da nichts verloren er hat ein oder zwei aussortiert da ist wieder vier plätze frei sondern wahrscheinlich die inaktiven ja wir sehen alles querbeet kleinere also was heißt kleinere accounts vom karrierelevel rede ich immer ja oder auch ein bisschen größer mit 64 also es ist alles vorhanden wandbreite ist groß wenn du da dich irgendwo siehst in dem ja hier einfach mal hier gucken wir uns den im moment auf eins an ja elisabeth yang mai hierhin seeshat kostüme sind auch da ja also es ist eine bandbreite es ist alles ähm holz und quer dabei wenn du dich da auch siehst plopft da an ja das ist hier mag money sack oder auch in den ganzen live streams in collector wer mit ihm da kommunizieren will am am sonntag dann kannst du das gerne machen ja also mag money sacks crew vier plätze noch frei macht diese allianz voll so dann gucken wir bei der nächsten die torwächter 22 aktive allianz discord steht line steht auch also da kannst du schon mal kannst auch hier jederzeit rein und dann ähm wird geklärt bestimmt ob das ob das passt von den hellen her und so weiter wir sehen ähm prinzipiell hohe accounts ja sebi hat so einen hohen account wie ich oder jährige level gut ich bin jetzt 86 aber ist da kein unterschied dann auch wieder hier 47 an die hatten hält den ich gerne haben möchte würde haben wollen 581 tage dringend also auch ein alt eingesessen kleinere accounts auch dabei also auch wieder bandbreite ist da ja wenn du hier auch rein willst wenn wir mal gucken was haben wir hier sind bereits fusioniert da hat das funktioniert ist das noch aktuell ich weiß nicht bei acht leuten die raus sind oder die acht leute die fehlen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher ob die fusion am ende funktioniert hat dann musst du mir nochmal bescheid sagen ähm meine info ist äh 10 sterne titan ja bei 22 von 30 ist das äh tatsächlich sehr gut man wüsst ja nicht wie verrückt die sind am titan ne kann ja kann ja sein ähm kriegsangriffe sind pflicht kriegsgegner haben so zwischen äh 4400 und 4800 also das ist auch schon gute starke gegner dabei wenn du kein kanonenfutter sein willst ja dann solltest du auch so in dem dreh irgendwie sein und äh ja gut hilft kleineren voranzukommen das sehen wir das ist offensichtlich das sehen wir hier dann bei kleineren accounts das haut schon hin oder kleinere in dem sinne auch welche die vielleicht nicht das wissen haben ja das ist ja auch noch so eine sache es geht ja nicht darum äh vom karrierelevel her klein zu sein sondern auch ähm wenn man nicht das ganze wissen hat da helfen dir die torwächter auch weiter dementsprechend 8 plätze frei wäre natürlich schön wenn wir da vielleicht auch eine kleine gruppe reinkriegen dann haben wir direkt äh einige plätze gut gekriegt ja deswegen macht auch die torwächter voll immer rein damit wenn ihr wenn ihr nur in einer in einer halb aktiven allianz seid oder sowas oder in einer kleinen allianz dann äh redet zumindest mit den leuten versuchen versuch macht klug ja deswegen ähm halb aktive allianze sowieso misst dann nehmt die leute mit die aktiv sind die regelmäßig online sind und dann geht in solche allianzen weil das ding ist ja ähm äh wenn wir wahrscheinlich auch noch sehen oh pretty so äh das ding ist natürlich bei solchen allianzen wo so um die 20 leute drin sind ach klar die sind sogar voll ähm die allianzen die nur so wo wo so um die 20 leute sind da scheuen sich dann immer einzelne spieler rein zu gehen ja ähm die wollen lieber die nummer 29 sein und dann äh oder die nummer 30 sein wo 29 vorher drin waren äh wenn ihr in so einer halb toten allianz seid oder halb aktiven wie man es nennen will ja halb tot hört sich sehr negativ an dann ähm nehmt die leute mit und geht in so eine allianz rein wo 20, 25 leute sind oder sowas und macht diese allianz dann voll ja bringt ja nichts wenn ihr dann ne allianz selber gründet und seid dann zu fünfter oder sowas macht keinen sinn ja geht in solche das ist immer ne schöne sache für so halb tote allianzen ähm wenn da so 20, 22, 23 äh Leute dann sind in ner anderen allianz da kann man schön rüber switchen da macht man so voll ja ganz einfach so spirit of freedom moni ihr seid im moment voll es ist sehr schön sehr gut haben wir das hingekriegt ob es mein verdienst war keine ahnung ist auch nicht äh für mich ist es nicht nicht wichtig woher die nummer 30 kommt ja wodurch ihr voll werdet hauptsache ihr werdet voll ähm wenn es durch mich ist freut es mich natürlich wenn nicht ähm freut es mich trotzdem dass ihr voll seid also das das nur mal so am rande ähm so Connor Connor hat mir geschrieben die sind voll trotzdem trotzdem will ich die allianz einmal zeigen ja weil er ist jetzt er ist dran und ähm ja wir sehen hier ne hier oben ich muss jetzt nicht alles vorlesen weil die allianz ja voll ist das wichtigste steht hier vitalen pflicht kriegspflicht inklusive sechs angriffe teilnahme ab 3500 teamstärke chat pflicht hier hast du leiden hier hast du youtube kannst ja alles angucken von ihm ja wunderschöne puls und äh kriegsvideos deswegen ähm ich muss jetzt also ich lache jetzt nicht weil äh weil das ironisch war sondern einfach äh weil weil ähm die beschwörung und der krieg im moment nicht funktioniert so wirklich bei ihm ja wir kennen das alle aber ich finde das schön das habe ich mir äh tatsächlich von ihm äh irgendwie habe ich das immer im Kopf wenn ich jetzt den Knopf drücken den Knopf drücken zum beschwören ja ich habe immer gesagt komm lass mal machen so ungefähr und immer wenn ich jetzt irgendwas mache denke ich ja lass den Knopf drücken das das habe ich mir von ihm irgendwie äh ist das im Kopf hängen geblieben wir müssen den Knopf drücken ähm also die Warriors Bella ähm sein möchte kann Connor ja trotzdem anschreiben ja Richtung Warteliste vielleicht ähm warum auch nicht wir haben ja auch eine Warteliste ja alle großen Allianzen haben Wartelisten von daher wenn du das wenn du dann sagst du stehst auf einer Warteliste von einer Allianz das macht schon Eindruck ja also wie gesagt die Allianz ist zwar voll aber das heißt ja nicht dass das immer so ist ja und wenn man da gerne rein möchte kann ja auch übergangsweise in der Allianz bleiben wo man ist oder man geht übergangsweise irgendwo hin sollte man aber kommunizieren dass man dann sagt ich würde aber gerne da hinwechseln ich bin jetzt nur für so lange da bis da ein Platz frei wird ja Plätze werden immer frei früher oder später deswegen ähm keine Panik dabei so der Hadrianswall 27 von 30 ok so Titan ist Pflicht Krieg freiwillig bei Teilnahme 6 Angriffe Line Schatten Wolf 1-0-0-9 gut was habe ich noch dazu zu sagen 11 Sterne Titan sind es das kann ich noch sagen 11 Sterne Titan sind es Lila Tank das ist vielleicht auch für Leute wichtig die rein wollen ähm Lila Tank wäre natürlich schlecht nicht schlecht ähm wenn du jetzt natürlich äh also ich sag mal so wenn du nur in Anführungsstrichen nur ein Quintus hättest oder so oder irgendwas ähm noch nicht mal ein lila 5 Sterne dann ist es natürlich ein bisschen ein bisschen schwierig aber ich denke ähm da kann man schon kann man schon gucken selbst mit einem Quintus oder sowas den kann man da hinstellen dass er selbst bei Rush kriegen ist er ja sehr sehr gut dann äh also das das ist dann äh alles individuell in der Allianz wird das dann geklärt ja also einfach anfragen dann wird man weiter sehen Schattenwolf wird sich das dann angucken und dann ähm wird dann zusammen entschieden ob das äh ob das passt ob das Niveau da ist und ähm wie das dann alles weitergeht ja haben wir noch irgendwas ähm ja genau Krieg ist zwar freiwillig ne aber ähm wenn der Haken drin ist sollten auch die Angriffe gemacht werden ähm einzelne Spieler werden ihm am liebsten genau mit Stärke 4000 so unten im Dreh und wir sehen hier auch wieder guck mal hier sind 80er dabei Laps doch nicht schlecht der hier Level 86 der ist so hoch wie ich ja viele 70er und sowas ein paar kleine sind auch dabei Cupdropping oder was ja sieht so aus 71 also es ist alles dabei ja deswegen ähm nicht scheuen da einfach mal zumindest anzufragen und dann kann man gucken wohin da die Reise geht beim Hadrianswall so wir gucken Sturmflut sind immer noch voll ja oder falls haben wir eine Sturmflut brauche ich erstmal auch keine Werbung für machen sieht gut aus Nöls hat sich auch schon den Avatar hier gesichert nicht schlecht nicht schlecht ja also wäre da eigentlich da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt alles alles vorlesen die ganzen Kriterien ähm aber wir sehen halt schon die sind halt jetzt voll x-Punkte 82.000 ok Sibyl kennen wir noch ein paar andere bestimmt auch auch kleinere Accounts wie man sieht ja also auch nicht scheuen einfach auf Einladung du hast hier die Line-ID wenn du da irgendwie was wissen möchtest über die Sturmflut dann schreib ihm da direkt ja das ist glaube ich das macht am meisten Sinn ähm ja was was ich kann jetzt sagen dass die ich weiß nicht ob 10 und 11 Sterne Titan müssten wahrscheinlich jetzt ein bisschen höher sein ähm 1977 anschreiben ja ich ich brauche da jetzt nicht großartig noch was zu sagen weil ist ja kein Bedarf aktuell wer da auf die Warteliste dann möchte bei der Sturmflut kann das dann auch gerne tun ähm nur der Vollständigkeit Teil war immer ja die Sturmflut genannt so dann haben wir gestört aber geil unsere Urlaubs Allianz 11 Leute ich weiß dass ähm ein paar tatsächlich auch ähm gegangen sind aber die sind dann wahrscheinlich entweder aktiver geworden oder haben dann komplett aufgehört ja also hier so ein bisschen natürlich ähm sollte der Titan hier schon ein bisschen angegriffen werden ja der Krieg ist freiwillig ähm aber so wie ich meine Informationen sind auch im Moment noch einige abgemeldet 14 Stunden ist jetzt nicht abgemeldet 8 Tage da sehen wir schon eine Stunde das ist alles ein bisschen unterschiedlich 12 Stunden 14 Stunden na also das ist eine etwas gechillte Allianz wenn du einfach nur ein bisschen spielen willst ohne jetzt irgendwelchen großen Druck zu haben und ähm vielleicht auch dich erstmal so ein bisschen ähm was das Heldenleveln angeht auf das konzentrieren willst eh zu gestört aber geil ID steht da es ist auf Einladung sagt du kommst von mir das sollte dir einen kleinen Weg da rein bringen ja und dann kannst du da erstmal schön gechillt ein bisschen was machen vielleicht auch erstmal um auch in diese ganzen äh ganze Spielmechanik reinzukommen beim Titan auszuprobieren vielleicht wenn du da sagst ja ich will nur nicht in so eine ganz große oder in so eine die dann voll ist wo dann ganz starke Titanen sind vielleicht erstmal wenn du vorher keine Ahnung zwei drei Sterne Titanen gemacht hast dass du jetzt dahin gehst um die nächsten Schritte ein bisschen höher zu machen was die Titanen angeht da guckst wie du dich da entwickelst und so weiter ja also ähm gucken natürlich dass wir hier so viele Leute auch wie möglich reinkriegen aber da das halt generell als Urlaubs- und Freizeitalianz ähm tituliert wird ja und so weiter getragen wird wird das natürlich hier ein bisschen tricky werden die dann wirklich voll zu kriegen aber würde mich natürlich freuen wenn wir das auch hinkriegen bei einer Freizeitalianz ja aber das Spiel ist ja immer noch Freizeit wir machen es ja nicht hauptberuflich selbst ich nicht ähm genau so dann haben wir noch Unendlichkeitskrieger zwei Plätze so mein Kontakt ist Venom aber er hat Hanna gute Dev gute Dev vielleicht ich bin kein Freund davon dass Frick außen steht sollte eigentlich schon neben dem Tank stehen aber das ist jetzt nicht dramatisch wichtig also die Unendlichkeitskrieger Teamstärke 4500 sechs Angriffe im Krieg Titan mindestens 50.000 Schaden bei 12 Sterne das ist relativ machbar ähm ja und natürlich je mehr Leute es sind also es fehlen ja nur zwei aber zusammen stärker werden und sowas alles und dann angreifen ne Line ID Schnellflash Schnellflash ist der schneller als der normale Flash äh wir haben ja auch große Accounts 84 75 da noch was sind denn so die kleineren die haben wir ein 38er Account aber auch boah hier Ecorog schön Alfrike zwei die ich nicht habe sehr schön ja auch nochmal um die 40 rum ja also ist auch alles dabei ähm Teamstärke 4500 das ist ähm schon nicht schlecht ja schon äh ganz gut eigentlich ähm aber ich denke mal nur auf Einladung also wenn du da reinkommst und vielleicht einen Tacken drunter bist oder so ist das auch kein Problem ja solange es alles menschlich passt und du sagst das sind coole Leute die halten dich für cool dann ähm sollte das auch passen gucken wir uns mal Flash hier an hey Truppen auch schön hoch nicht schlecht ja also von 50k 50k Schaden bei 12 Sterne das hört sich viel an wenn man von ähm wenn ich 8, 9, 10 Sterne Titanen kommt ja ähm ist aber nicht viel ja also das ist kein äh kein Kriterium vor dem du Angst haben solltest oder Angst haben musst das geht schon ja die Unendlichkeitsgiger zwei Plätze noch frei das wäre auch schön wenn wir die vollkriegen würden dann haben wir mal 30er Allianz dann kommen die auch über ihre 100 Kriegspunkte können leider dann noch nicht zeitnah gegen uns antreten aber wer weiß vielleicht irgendwann ja gut und dann haben wir noch die Höllenbrut und dann sind wir tatsächlich durch oh Höllenbrut Höllenbrut was haben wir denn hier 17 von 30 Freizeitallianz da haben wir das gleiche wie bei gestört aber geil ja Freizeitallianz wäre vielleicht was wo ich jetzt gerade überlege vielleicht die beiden Allianzen zusammenpacken dann hat man eine Freizeitallianz mit 28 Leuten das wäre doch eigentlich mal eine interessante Sache ähm Kettenknäckebrot haha das ist gut Kettenknäckebrot also das wäre vielleicht nochmal so eine Anregung vielleicht für euch wenn ihr das seht quatsch mal miteinander vielleicht vielleicht funktioniert es ja Titan ist Pflicht der Rest ist freiwillig das heißt Krieg ist freiwillig aber weißt ja selber ne wenn du eine Allianz dabei bist dann mach auch beim Krieg mit nur Deutsch ist auch in Ordnung gibt es keine Sprachbarrieren wir haben hier auch 75 wir haben hier welche um die 70 60 um kleine ja also das würde sich tatsächlich anbieten dann kann man vielleicht aus aus zwei Freizeitallianzen eine Teilzeitallianz machen so ungefähr ja das wäre doch das wäre doch eine schöne Sache Titan hier 7 bis 8 Sterne ist auch für die kleineren hier dann ganz okay gut machbar ja wenn der Haken drin ist beim Krieg habe ich gerade schon gesagt Lein ist vorhanden sehen wir hier oben ja Natron 7,4 und Bluthor Einzelspieler oder auch kleinere Gruppen alles dabei alles machbar ja wer da rein will bei Abwesenheit Bescheid geben ist auch logisch wenn du wenn du mal kurz weg bist für ein paar Tage dann einfach da Bescheid sagen und das wäre schön wenn wir die und gestört aber geil zusammen kriegen würden natürlich nur wenn sie es wollen ja aber das wäre so eine Überlegung wert gut dann wären wir durch Allianz sind durch die Allianzen hab gedacht das geht dauert ein bisschen aber ähm weißt du was ich guck mal eben ganz kurz ich hab mir tatsächlich muss ich jetzt sagen Lilly es tut mir leid ich hab mir das noch nicht aufgeschrieben deswegen muss ich mal eben einmal ganz kurz am am Handy gucken so okay dann gucken wir uns die doch an aber wir haben ja jetzt noch ein paar Minütchen Zeit hier wo ich das natürlich ein bisschen vom vom Handy das ist jetzt äh reicht das schon wenn ich das so mache ja da sind sie da schon 11 von 30 so Titan bla bla Krieg bla bla das übliche halt jemand endlich mal jemand der es wieder schreibt ja und sagt so Kontakt Lilly 281 076 oder Kamikaze Kimi haha okay Kamikaze Kimi ah das ist sehr schön der Name hier ah guck mal man sieht schon Lilly gibt Gas ja oh guck mal hier Ruhm und Ehre gehört hier etwa zu der größten Allianz Familie in Empires oh jetzt muss ich aber jetzt muss ich am Handy mal eben gucken was wir hier haben ja also das kann ich natürlich nicht mit meinen eigenen Worten wiedergeben jetzt muss ich das hier so machen wie sie es mir geschickt hat ja ähm so warte mal gut Spielspaß klar ne alles 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 geschmeidig äh wenn der Haken drin ist die 6 Angriffe ja das ist oben Titan bla bla Titan ang äh Krieg Krieg bla bla äh Titan angreifen wenn man online ist ist Titan bla bla ja also das übliche machen wenn du was wenn du in der Allianz bist dann mach auch die Dinge wofür du halt da bist ja Krieg und Titan so die Tankfarbe ist lila das ist interessant das äh weiß ich immer von wenigen nur und was ich sehr gut finde was ähm was auch nicht abschrecken soll hier sind nicht nur kleine Accounts drin hier sind auch wirklich ich hab Dropping Leute drin ja die lassen sich ein bisschen fallen das ist ja alles alles legitim ähm ja aber die Karrierelevel sind hoch soll aber nicht abschrecken vor Leuten die äh hier rein möchten ja das heißt die Leute die hier sind die haben Ahnung die spielen da schon länger Sandmännchen ist auch dabei wenn du mal nicht einschlafen kannst ja also es ist eigentlich alles da was du brauchst und du bist dann in Ruhm und Ehre drin ich ich weiß es nicht ich sehe gerade jetzt Ruhm und Ehre zum ersten Mal dass dir dazu gehört aber denke mal in dem ganzen Verbund ja wenn dann da mal was ist dann kann man auch hin und her switchen also dass welche da reingehen und vielleicht tauschen mit anderen und so weiter und so fort ne aber das das weiß ich nicht das ist jetzt mal meine Interpretation so wurden neu gegründet genau deswegen erstmal noch äh klein 1130 neu gegründet also ist jetzt keine halbtote Allianz die schon lange existiert je nachdem wie lange sie jetzt da sind wenn es ein paar Tage sind sind elf Leute schon mal nicht schlecht ja äh wünschen uns eine nette familiäre Allianz ja das ist das ist gut das möchte jeder haben das ist gut wenig gejammere und eine freundschaftliche Atmosphäre das ist gut wenn gejammer direkt unterbunden wird bin ich immer dabei ja das ist äh definitiv eine Sache das machen manche zu viel ich vielleicht in manchen Videos auch ja aber es ist halt dann es ist dann berechtigt aber ich meine eher so von jammern ähm oh ich hab schon wieder keinen keinen 5 Sterne Held bekommen obwohl ich zweimal zwei Einzel Beschwörungen gemacht hab und hier und da und dort solche Dinger ja wenn du dich beschwerst wenn du ähm 3 oder 4 Zehner gemacht hast und hast nichts gekriegt dann ist das was anderes aber es gibt halt auch welche die beschwören einmal machen eine Münze und beschwören und beschweren sich weil sie ein 3 Sterne kriegen ja ist halt so deswegen äh solche Nurgler gibt es hier nicht bei Lily das ist gut und ähm ich lese hier gerade noch was was sie mir noch geschrieben hat ach hier da haben wir es noch am liebsten Einzelspieler ab Level 50 das ist das Problem weil ich mir es noch nicht aufgeschrieben habe ich muss mir diese Infos jetzt hier ein bisschen äh zusammensuchen ja also ab Level 50 das sind dann wahrscheinlich hier das Sandmännchen ja gut das Sandmännchen ist untouchable ja das muss halt rein ähm aber hier das ist dann ja sein und beigetreten vor einem Tag ja also es kommen auch welche rein die jetzt nicht 50 sind aber wahrscheinlich ähm bevorzugt Level 50 ähm aber ich denke solange es menschlich passt dann kannst du auch da reingehen wenn du ein bisschen drunter bist ja und ich denke da hier schon gute Leute dabei sind wenn wir der Allianz ein bisschen Zeit geben dann wird das eine ganz gute Allianz werden ja weil ähm das ist immer so eine Sache wenn du so kleinere Allianzen hast wo dann ähm viele sind die so um Level 40 50 sind oder so die spielen dann Just for Fun und sowas alles das ist natürlich das ist hier auch ja aber ich will damit nur sagen die ähm spielen Just for Fun aber beschäftigen sich nicht so sehr mit dem Spiel und ähm wenn du aber Leute hast die halt solche hohen Karriere Level haben ab 60 70 80 oder so die spielen das schon länger auch Just for Fun aber die setzen sich mit dem Spiel ein bisschen mehr wahrscheinlich auseinander weil sie einfach schon länger spielen oder weil sie einfach mehr Interesse haben und die wissen dann auch wie das dann wie der Hase dann läuft ja deswegen kann ich mir gut vorstellen dass diese Allianz äh relativ schnell hoch gehen wird und könnte so ein kleiner Geheimtipp hier sein weil da wirklich einige sind die da schon hohe Level haben wenn es von Ruhm und Ehre ist dann spielt natürlich auch der Name der Allianz dann einen so ein bisschen da mit ja also was die da aufgebaut haben ist schon nicht schlecht und ähm ja geht da rein ja dann Lili dann können wir es auch so machen dann kann ich auch erst wieder ähm dann brauche ich nicht diesen Sonntag sondern mache ich regulär den nächsten Sonntag für dich ja also Sonntag in einer Woche ja wo du dann normalerweise dann drin bist dann haben wir diesen zwei Wochen Rhythmus und alles ist gut alle sind zufrieden äh falls das jetzt gerade für die für dich jetzt ein bisschen unsortiert war kann ich verstehen weil ich hab's jetzt spontan gemacht ja ich schreib mir das nochmal alles auf und dann haben wir das alles ähm nächste Woche oder Sonntag in einer Woche haben wir das dann alles ein bisschen strukturierter noch dann muss ich nicht aufs Handy gucken und dann passt das gut Freunde dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen vielleicht war irgendeine Allianz dabei die dich interessiert euch interessiert rein da macht die Allianzen voll das ist ein Befehl und wir sehen uns gut ciao